In den letzten Jahren ist in der Islamischen Republik Iran eine bemerkenswerte Entwicklung zu beobachten. Immer mehr Iraner sind vom Islam enttäuscht und informieren sich über das Internet und Satellitenfernsehen über den christlichen Glauben. Viele iranische Muslime werden Christen, ein nach iranischem Recht illegaler Schritt. Diese neuen Christen zu betreuen, ist ein gefährlicher Dienst. Pastor Kourouj leitet eine ungewöhnliche Gemeinde. Sie trifft sich im Internet. Sein Laptop ist seine Kanzel. Über Chatprogramme erreicht er seine Gemeindemitglieder. Pastor Kouroujs Gemeinde besteht vollständig aus ehemaligen Muslimen. Menschen, die dem Islam den Rücken gekehrt haben, um jetzt Jesus Christus nachzufolgen. Im Iran ist dies ein Schritt, der zu Gefängnisstrafen führen kann. Nicht nur der Staat verfolgt diese Christen, auch die eigene Familie setzt sie unter Druck, zum Islam zurückzukehren. Viele kommen im Iran zum Glauben. Jeden Tag geben Menschen ihre Herzen an Jesus Christus, ihren Herrn. Leider ist es für sie sehr schwierig, eine Gemeinde zu finden oder jemanden zu finden, dem sie vertrauen können. Fast alle Gemeinden im Iran sind geschlossen. Nur die armenischen Kirchen sind offen. Aber jeder neue Christ, der im Iran zu einer armenischen Kirche geht, wird ganz sicher nicht aufgenommen. Das gäbe Probleme mit der Regierung. Es ist schwierig für sie, Menschen zu vertrauen, denn die Regierung hat sogar falsche Hauskirchen gegründet. Viele Hauskirchenleiter und Mitglieder wurden verhaftet. Die Regierung schickte Agenten, die sich als gläubige Christen ausgaben. Damit die neuen Christen in ihrem Glauben dennoch wachsen können, ohne in die Gefahr zu laufen, von der Regierung sofort entdeckt zu werden, gründete Pastor Kourouche seine Gemeinde im Internet. Für viele ist das Internet kein guter Ort. Aber Jesus gibt es uns, damit wir ihn damit ehren können. Ich danke dem Herrn für diese Möglichkeit, den Menschen über das Internet zu helfen. Und ich kann sehen, wie der Herr wirkt. Manche von ihnen weinen, wenn wir uns zum ersten Mal online treffen. Sie können schier nicht sprechen. Sie sind einfach so dankbar, jemanden gefunden zu haben, dem sie vertrauen können. Wenn wir zusammenkommen, beten wir zuerst. Darüber freuen sich unsere Gemeindemitglieder. Bitte, Bruder, bete für uns. Und wir fragen sie, wofür können wir beten? Bete für meinen Bruder, für meine Mutter, für meinen Ehemann, für meine Kinder. Zuallererst, dass ihre Herzen offen werden, Jesus als ihren Herrn anzunehmen. Gebet ist unheimlich wichtig. Das Gebet hat Kraft. Unsere Worte haben Kraft, große Kraft. Wir als Team wollen ihnen beibringen, bitte betet für alles, zu jeder Zeit. Dreimal, viermal, fünfmal am Tag. Versucht einfach, mit dem Herrn in Verbindung zu bleiben. Denn zu beten, heißt mit ihm zu reden. Wir erbitten von ihm, was wir brauchen. Viele von Pastor Kouroushs Gemeindemitgliedern brennen dafür, ihren Glauben weiterzugeben. Wenn ich zu ihnen rede, sage ich ihnen oft, Bruder, Schwester, bitte versuch nicht, deinen Glauben durch Reden an deine Familie weiterzugeben. Du musst ihnen zeigen, die Leute müssen Jesus Christus in deinem Leben sehen. Wenn sich dein Leben verändert, sollen sie zu dir kommen und fragen, was ist mit dir passiert? Wie konntest du zum Beispiel aufhören, Drogen zu nehmen? Sie verändern sich. Und dann können sie sagen, das war nicht ich, sondern wegen ihm habe ich mich verändert. Jesus Christus hat mich verändert. Wenn ich alles erzählen wollte, bräuchten wir mindestens mehrere Tage dafür. Gott ist gut. Immer. Halleluja. Open Doors unterstützt verschiedenste Projekte, um Christen mit muslimischer Herkunft in der islamischen Welt per Fernsehen und Internet zu stärken. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.opendoors.de-gefährlicherglaube